Die Gesunde Gemeinde Straß-Walchen organisiert viele Aktivitäten, die sich abseits vom Leistungssport als gesundheitsfördernde Maßnahmen bestens eignen. Laufen ist ein einfacher Sport, der die gesundheitlichen Risikofaktoren wie zum Beispiel Blutdruck, Körperfett oder Knochendichte positiv beeinflusst. Beim vierten Gesunde Gemeinde Fitnesslauf stand bei den Kleinen dann aber doch die Freude an der Bewegung im Vordergrund. Im Frühjahr ist der Volkssport Nummer 1 das Laufen. Vor Jahren wurde in Straß-Walchen das Projekt Gesunde Gemeinde ins Leben gerufen. Begonnen haben wir mit Vorträgen und Kursen. Da waren Kochkurse dabei, aber auch Kurse über die Bewegung, Rückenfit. Es waren Kurse dabei und Vorträge für psychische Gesundheit. Weiter sind dann wirklich große Bewegungseinheiten dazugekommen, wie Kindertanzen oder Seniorentanz, was ganz wichtig ist. Und ein erster großer Highlight von der gesunden Gemeinde war der Eislaufplatz. So ist es nicht verwunderlich, dass vor vier Jahren ein weiteres Projekt gestartet wurde. Ja, der Fitnesslauf ist entstanden, weil einfach Bewegung wichtig ist und weil wir die Möglichkeit gehabt haben, die Strecken richtig ausmessen zu lassen. Und durch die Sponsoren, die wurden quasi sich bei den Sponsoren bedankt und so ist der erste Fitnesslauf dann ins Leben gerufen worden. Begonnen haben wir da mit 200 Teilnehmern und war ein super Event und hat uns dann bestärkt und motiviert, dass wir diesen Fitnesslauf jetzt bereits das vierte Mal veranstalten. Das schlechte Wetter hat hunderte Hobbysportler nicht davon abgehalten, sich beim vierten Gesunde Gemeinde Fitnesslauf zu beteiligen. Die Strecke wurde je nach Alter der Teilnehmer gestaffelt. Sie reichte von Kinderläufen über einen Hobbylauf bis zum zwölf Kilometer langen Hauptlauf. Aber auch Nordic Walker konnten ihre Kondition und Fitness unter Beweis stellen. Bewegung in freier Natur und bei jedem Wetter hat den Vorteil, aktiv zum eigenen Wohlbefinden und zur Verbesserung der Gesundheit beizutragen. Eine ganz eine Vielfalt von gesundheitlichen Aspekten hat das Laufen und zwar einmal primär für das Herz-Kreislauf-System. Das Herz wird gestärkt, die Muskulatur wird aktiviert. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Vorbeugung gegen die Osteoporose, aber es ist auch für die Koordination wichtig. Das heißt, wenn jemand gut laufen kann, hat er auch eine gute Koordination. Ein anderer Aspekt ist aber auch die psychische Gesundheit. Das heißt, wenn man sich viel in der frischen Luft bewegt und in der Natur, wird auch die Gedanken und der Geist frei. Also es ist rundum für den ganzen Körper eine gesundheitsförderliche Maßnahme. Unsere Füße sind sensible Leistungsträger. Deshalb bloß nicht an den Laufschuhen sparen. Sie sind der wichtigste Teil der Ausrüstung. Ja, in aller Linie ist wichtig, das heißt ins Chef gehen, gescheite Schuhe kaufen, sich gescheit beraten lassen von einem gescheiten Händler. Schuhe sind in der Führung wichtig, dass sie gut führen und individuell eher zwei Paar Schuhe nehmen. Den Countdown zum Start gab das Oberhaupt der Gemeinde. Ich hoffe, dass meine Gemeinde sehr fit ist. Wenn ich die Teilnehmer sehe, das ist Begeisterung pur. Das Wetter macht seinen Teil mit und belohnt leider Gottes die Läufer nicht. Aber es ist wunderbar für Straßwolken. Mit dem Mitlaufen hat es der Bürgermeister aber dann doch nicht. Ich bin kein Sportler. Ich mache sehr viel für Sport und unterstütze den Sport, aber ich bin leider Gottes kein Läufer. Schon die Kleinsten gaben alles, um in ihrer Gruppe mit vorne dabei zu sein. Mit großem Eifer gingen sie auf die Strecke. Wieder im Ziel freuten sich alle über eine Medaille, anhand derer sie ihre Leistung in Erinnerung halten können. Ich bin froh, dass meine Buben am Abend gerne laufen gingen oder sich generell viel bewegen, weil es ist eine Möglichkeit, dass die ganze Energie auszukommt. Und es ist mir lieber, dass ich komme beim Laufen aus, so wie irgendwo anders. Dann der Startschuss zum Hauptlauf. Zu absolvieren galt es eine 12 Kilometer lange Runde, die es speziell bei diesem Wetter in sich hatte. Der Sieger Gerhard Zechleitner aus Fankenmarkt hat vor 16 Jahren mit dem Rauchen aufgehört und sich dem Laufsport gewidmet und wie man sieht mit Erfolg. Also raus aus dem Bürosessel und rein ins Vergnügen. Laufen ist einfach, günstig und macht rundum fit. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh.